Wie der auch guckt? Lasse, wir hatten einen harten Tag gehabt. Wandelkram, er sagt, ready or not. Here I come, you can't hide. Alter, der Typ hat gerade reingeguckt, dass wir... Aber ich habe schon eine Mission, oder hier? Ja genau, das Ding, was wir letztes Mal nicht mal ansatzweise geschafft haben. Das machen wir jetzt. Let's go. Was heißt hier, fuck you? Hallo, was ist das für eine Language, Madame? Excuse me, fuck man. Echt halt, Language. Oh. Ist ein Böse? Ich muss da einen Bösen erschießen. Ja, beim Allo ist hier, bzw. der Dicke hat jetzt gerade zwei Leute hier. Aber nur Böse? Ja. Nein, nur Böse. Ich will den melden gehen, er bonkt seinen Kopf so rüber. Hallo. Die Waffe müssen wir auch einsammeln für die Punkte. Sie schießen aber auch immer durch die Bretter und alles durch, ne? Das ist irgendwie cheat. Weil ich seh da gar nicht durch. Ja, deren Aim ist es halt so richtig. Wir können draußen, soll ich draußen alles markieren oder wollen wir zusammenbleiben? Ich warte bis nach hier, oh mein Gott. Meine Bretter, ich ziehe mich kurz zurück. Ich wurde überrascht. Okay, perfekt. Ich mach einfach mal auf T, damit ich sehe, wo ihr alle seid. Okay, perfekt. Ich mach einfach mal auf T, damit ich sehe, wo ihr alle seid. Roger that entry team. Roger that entry team. Tag him, keep moving, this is talk. Roger that entry team to talk to high ground. Affirmative entry. Okay, nur noch. Twerk for me, baby. I died. You live? No. Hinter dem Schreibtisch, genau. Oh no. Ich war einfach instant tot, ne? Ja. What the hell? Okay. Der erste Restart von vielen. Ich liebe dieses Spiel. Nicht sterben, Nari. Je. Lebst du noch? Und fit und alles? Ja. Also meine Beine sind zwar ein bisschen broken, aber alles gut. Ja, Beine braucht man nicht. Ich zieh dich sonst über den Boden. Nee. Richtig. Du bist so hoch. Fuck. Let's go. Das Ding ist dieses Hands up, do it now, ne? Das hat ja auch einen übelsten Nebeneffekt, weil wenn einer darauf hört und die Hände hochnimmt und du erschießt ihn, kriegst du ja fett Minus. Ja. Ist nicht besser, das einfach gar nicht zu sagen? Nein. Ich glaube, wenn du das nicht machst, kriegst du auch so weniger Punkte, weil es ist ja wohl... Ich bin tot. Doch. Ich auch. Ja, ja. Gleichzeitig. Nee, der war oben auf der Treppe, der tut. Ahhhh. Ui. Äh, Versuch eins. Äh, gutes Game. Schauen wir mal rein, wie das so ist. Ja, Mensch. Oh ja, Mann. Hm. Ich frag mich, was man hier machen muss. Wie kriegt man denn die Tür auf? Okay. Mann, wie die immer durch alles durchschießen, ne? Mhm. Wird nicht weggerannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir ist da glaube ich ein Majeur passiert. Hier ist ein Majeur passiert? Was? Ach du Scheiße. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hat Zivilisten erschossen. Irgendwer ist gestorben. Ja, Sprengfallen habe ich auf dem Level noch nie gesehen, tatsächlich. Was hast du davon, wenn du Geisen retten willst, weißt du? Ja, alle totmachen letztes Jahr. Hätte ich einfach C1, C2 benutzt und so upsie, weißt du? Ja, ein besserer Gebiss. Oh, da ist die Tür aufgegangen. Get on the ground, denn er liegt hier. Immerhin er ist auf dem Boden, also so gesehen hat er gehört. Hallo, nicht erschrecken. Ich doch nicht, ich bin die Ruhe selber. Hallo? Du gehst doch vorgegangen, Ladies First. Wie bitte? Ich hab gesagt Ladies First. Was heißt denn hier Ladies First? Hey, ich bin ein Gentlemoon. Oh mein Gott, da sind fünf Stück hier drin, ne? Ich bin tot. 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 Wir machen gerade den ersten Versuch, falls du gerade zurückgekommen bist. Mal schauen, wie es läuft. Ja, das ist eben das andere war. Einwärmen. Ja, ja. Ja, ne, das war es alles. Ja, ja. Die Map haben ja noch nichts. First, first try jetzt. Oh mein Gott, ich muss nachladen. Ah! Bist tot? Eben, ja. Vielleicht müsste ich danach wirklich schwere Rüstung fehlschild und alles. Ich weiß nicht, warum ich eine leichte Rüstung habe. Vielleicht ist das Problem. Ach, guck mal. Ja, cool. Das könnte ja auch ein Problem sein. Weißt du, was voll cool wäre? Wenn du hier auf diese Line hüpfen könntest und dann einfach während du da rumfährst. Weißt du? Das wäre voll geil. Einfach da draufstehen, sich transportieren lassen und alles wegbölzen. Oh ja. Aber cool. Ich habe einen gefunden. Eine Person of Interest. Da ist noch ein Kontakt irgendwo auf dem Gelände. Komm gleich. Ja, es ist das erste Mal dieses Level Spiel, oder? Ja, ja, ja. Makes sense, makes sense. Die Macht eines Editors. Oh, du hast verkackt. Hast du nicht? Wäre die passiert? Nö, nö. First try, first try. Aber ich habe hier eine Stimme gehört, die ist aber nichts. Der müsste irgendwo da sein. Ich glaube. Gerade gestorben. Und fertig. Ich bin fünf von Zielen erwischt. Let's go. Wir sind durch. Warum hat DK 44 Punkte und Nari 44? Ich habe null. Das weiß ich nicht. Ah, das ist der Ping. Aber ich bin doch auch gestorben. Das ist der Ping. Das ist der Ping, ja. Ja. Komm schon bitte. Eine gute Wertung. Das Level werde ich nicht normal machen. Please. Oh no. B, let's go. Ist B gut? Ja. Reicht das für den nächsten Level? Aber es ist nicht frei. Hier steht Hard Raid. Geht das nicht? Ist... Kannst du nicht nochmal? Müssen wir das komplett auf A machen? Ohne zu sterben. Boah, braucht man für ein A? Okay, ich gebe mir jetzt fette Röste mal anziehen. Ja, mach mal. Hatte wir hier. Ich nehme jetzt Ballistik-Facemask. Und gar keinen Bock mehr. Das ist diese 9mm Kackpüste. Ich habe auch leichte Panzerungen drin gehabt. Oh nein. Ja, das sagt sie jetzt. Man nennt mich jetzt auch den Panzer. Keine Sorge, Freunde. Ich bin euer Schild. Boah, und keiner kennt die Referenz. Äh, Enttäuschung. Hans gibt Lackday. Borki, hast du mal die Waden hier gesehen? Oh, warte, ich will die Waden sehen. Ih, das klingt falsch. Was? Oh mein Gott, die Türen öffnen ist der übelst umständlich mit dem Schild. Ey, die Türen sind richtige Endgegner mit dem Schild, ne? Warte, warte, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Runter mit der Waffe, Alter, ich dübel dich. Ich bin... Oh, damn. Aber nicht den erschießen, der da unten ist, ne? Ja. Warte, ich kümmere mich um den Affen da hinten. Das war ne Zivilistien. Ups. Ups. Und neustert. Boah, ich hab daneben geschossen. Jetzt geht doch einfach auf den Boden, ey. Hast du irgendein... Junge, willst du lieber sterben oder was? Warum, warum, warum trefft das nicht? Ups, ich... Ups. 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 In die Ruhe selber. Geht sie gut? Oh Gott. Ah, wir haben... Ah, wir können neu starten. Das ist ein Zivilist, Dad. Nimi hat dich geschossen. Ja, ich weiß. Irgendwer da hinten beim Kopierer oder was das ist. Oh mein Gott, ey. Nari läuft mir so ein Gegenfall vor mir um. Ich war gerade so glücklich, ich war gerade so glücklich, ich war wieder zu 10. Oh. Ja, aber was ist jetzt mit Nari? Müssen wir neu starten oder kann man immer noch genug Punkte holen? Oh, okay. Ja, der Taser ist scheiße, aber es gibt halt nichts anderes, ne? Was willst du denn jetzt ausprobieren? Ich hätte jetzt irgendwie... Er hätte die Flashbang genommen. Weil der Shade ist halt wirklich komplett für den Arsch. Ich kann nichts machen. Also ich... Also ich habe auf jeden Fall auch Flashbangs dabei. Ja, easy. Aber lass den da drinnen mal mit einer Flash. Dann kriegen wir noch ein paar Pünktchens. Alles klar. Pünktchen? Oh mein Gott. Komisch. Er schmeißt die überhaupt nicht so tief, wie ich das erwarten würde. Einer hat gedroppt, der andere auch. Ich gehe den Hintern, ne? Wie macht das? Nice! Oh, seine Glatze glänzt so schön. Er kriegt einen Slap auf die Glatze. Ding! Nice! Das gibt Points, ne? Poink, poink, poink. Applaus, applaus. Warum, warum pischt der dich an? Was will der von dir? Don't know. Cannot kick with broken leg. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Nice! Ich habe mir beim Türenkicken im Bein gebrochen. I'm a mad. Äh... Hm, Zivilisten, oder? Arrest any contact at the scene. Detail any unarmed contacts. Also fehlen noch Zivilisten und böse, ne? Ich habe hier ein... Megafon wäre toll. Wenn wir so ein Megafon hätten. Einfach mal kurz. Das Westen ist ja so eine Anlage, die hat 100% sowas. Liebe Zivilisten, wir haben hier alles geklärt. Bitte einfach melden, indem sie laut schreien. Dankeschön, tüüüüüb! Klingt gesund. Hab ihn. Oh, perfekt, lasst move on. Easy. Easy, wenn das jetzt kein A gibt, dann weiß ich auch nicht, ey, das war, das war, muah. Das war Choc Giselle Bon Appetit. Ja, Choc Giselle, ey. CIA Miami wäre stolz auf uns. Oder? Awww. Was war denn jetzt? Wollt ihr, wollt ihr den Alex dazu holen? Ist er da? Ja, der ist da. Oh mein Gott, am Ende machen wir das auch zu Zehnt. Machen wir einfach so eine Schildwall, weißt du, wie damals irgendwie. Die Griechen machen einfach so eine Schildwall und MGs drüber und auch brrrr. Was ist dein Beruf, Töpfer? Was ist dein Beruf? Ich bin, keine Ahnung, Stripdancer. Spartaner, was ist euer Beruf? Awww. Nein, Ari, das ist ein Affe. Hey, was ist denn gegen Affen? Jetzt kommt er wieder mit Insert-Cones. Was ist das denn für eine Abzocke? Ich glaube, du warst nicht schnell genug und jetzt musst du unten auf, genau. Ja, und jetzt links auf den Knopf. Wie so Affen, weißt du? Ja, aber easy, jetzt können wir zwei Zweierteams machen. Okay, du hast ein Schild, ich habe eine Pepper Gun, dann können wir direkt alles Non-Lethal umdübeln. Wir machen jetzt nicht ein B für Beschissen, wir machen jetzt ein A für Alpha Team. Was habt ihr schon Minus gemacht? Warum habe ich jetzt Pfefferspray? Warte, vielleicht kann ich es öffnen. Nari, das ist hier professionelle Arbeit, okay. Ich bin sehr stolz dafür, ihr macht das richtig schön. Danke, danke. Bitte, bitte. Ich hoffe, ihr kriegt eine Lohnerhöhung. Er verdient hatten was. Ja, oder? Dann würden wir auch lernen, wie man Schlosser öffnet. Oh ja, das stimmt. Ich balle einfach jeden Pfefferspray in die Ohren. Ja, ich habe gerade den Pfefferspray für mich schon direkt so schuld. Oh, das wird auch noch auf der Race Force sein, scheiße. Alter, hier sind 35 Stück, what the hell? Ich komme. Die geben einfach nicht auf. Ich komme gleich mit einem Pfefferspray in die Ecke, wenn die die so weit da machen. Oh ja. Ich komme ja auch nicht. Oder war schon jemand von euch oben? Nein. Okay, dann gehe ich. Oh, hier liegt jemand aus dem Boden. Hallo. Ich habe nichts anderes. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Ich mag die Babygun, die ist cool. Ha? Warum hast du die nicht einfach festgenommen? Das ist mein Booty. No. Let's go down. No. 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 Du nicht? Nein, das ist so fängig. Bei dir hat das einen Effekt. Aber bei mir jetzt auch. Holy shit. Oh, bitte jetzt. Ein A. Bitte, ein A. Bitte, bitte, bitte. Ein A. Komm schon. Nein. Warum auch immer das jetzt ein A gegeben hat mit der gleichen Punktezahl, ne? Nein, weil wir alle überlebt haben. Wegen der Zeit wahrscheinlich auch. Ah, weil wir überlebt haben. Ah, okay, das kann sein. Ja, Time. Ja, wir haben die Zeit. Okay, okay. Nice. Fuck yes. Ja. Einfach besser. Bist du dauernd müde und unfokussiert beim Zocken? Dann brauchst du Holy Energy. Der in Deutschland best bewertetste Energy Drink mit hauptsächlich natürlichen Inhaltsstoffen, weil du ja sonst so auf deine Ernährung achtest. Mit einer Zubereitung, die selbst ein A für Hilden kriegt und es schmeckt einfach geil. Neuerdings, das Ganze auch als Eistee. Link unten in der Beschreibung, inklusive Rabattkoden. Denn früher war keins mal geil. Das ist so cringe. Denn college. Hahaha. 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 Hahaha.